Nachdenkseiten. Die kritische Website. Sie unterwarf Deutschland den USA. Erneut und global. Von Werner Rügemer Nach Adenauer und Kohl. Höchstes Bundesverdienstkreuz für Angela Merkel. Nach dem Gründungskanzler des Separatstaats BRD Konrad Adenauer und dem Wiedervereinigungskanzler Helmut Kohl hat nun Angela Merkel die höchste Auszeichnung des deutschen Staates verlieren bekommen. Großkreuz des Verdienstordens. Nur CDU-Kanzler werden so geehrt. Sozialdemokratische Kanzler wie Willy Brandt gelten als Abweicher. Sie dürfen nicht geehrt werden. Beitrag zum nationalen Interesse der USA Den wichtigsten Preis hat die von 2005 bis 2021 amtierende deutsche Dauerkanzlerin und CDU-Vorsitzende ein paar Jahre früher bekommen. 2011 verlieh ihr der US-Präsident Barack Obama in Washington die Presidential Mantle of Freedom. Diesen US-Freiheitsorden bekommen Männer, auch mal Frauen, für ihren Beitrag zur Sicherheit und für das nationale Interesse der USA. Also nicht für den Beitrag zur Sicherheit und das nationale Interesse etwa Deutschlands oder Europas. Merkel hatte sich unter anderem dadurch ausgezeichnet, dass sie 2002 bedingungslos und leidenschaftlich für den Krieg der USA unter Präsident George W. Bush gegen den Irak eintrat. Der damalige sozialdemokratische Bundeskanzler Schröder SPD und der Außenminister Josef Fischer Grüne glaubten nicht an das US-Fake. Der irakische Präsident Hussein verfüge über Massenvernichtungsmittel und sei bereit, sie einzusetzen, auch gegen Israel. Schröder verweigerte für Deutschland die direkte Teilnahme am Krieg. Mit Jesus für den US-Krieg im Irak Dagegen hetzte Merkel als CDU-Fraktionschefin am 13. September 2002 im Bundestag gegen Schröder. Sie haben das internationale Vertrauen in Deutschland zerstört. Sie spielen mit den Ängsten und Gefühlen der Menschen. Dieser Alleingang schadet der Exportnation Deutschland. Deutschland als größtes Land in Europa hat eine Verantwortung. Den Lügner Bush lobte Merkel dagegen mit Bezug auf die Bergpredigt Jesu als den eigentlichen Friedensstifter, so abstrus das auch war. Auch die unternehmerfinanzierten Parteien CDU und FDP klatschten frenetisch Beifall. Im November 2005 wurde sie Bundeskanzlerin und schon am 13. Januar 2006 machte sie in Washington ihre Auffahrt bei Bush und unterstützte den Irakkrieg. Dass dieser Krieg mit Lügen begründet worden war, das war der christlichen Bergpredigerin auch später keine Rede wert. Genauso wenig wie die Verwüstungen, Toten und Failed States in Afghanistan und anderen US-angeführten Kriegen. Brzezinski, Schäuble und Kohl müssen weg Der frühere Präsidentenberater in den USA, Spiknev Brzezinski, hatte nach dem Ende des Sozialismus die neue Phase der US-Globalstrategie 1997 öffentlich begründet. Zitat Zitat Ende Und vor allem müsse noch etwas geändert werden. Mit dem gegenwärtigen CDU-Fraktionsvorsitzenden Schäuble und dem CDU-Bundeskanzler Kohl sei Deutschland ein geopolitisches Niemandsland. Mit ihnen sei Deutschland nicht länger das westliche Bollwerk gegen den Osten, sondern eine mitteleuropäische Ordnungsmacht, die sich gleichermaßen gegenüber dem Westen und dem Osten ausrichte. So verlöre Europa seine Funktion als eurasischer Brückenkopf für die amerikanische Macht und dessen Ausdehnung in den eurasischen Kontinent hinein. Deshalb, so Brzezinskis Schlussfolgerung, bedarf es eines massiven Impulses von Seiten der USA. Irgendwie kam der Impuls von mehreren Bekannten und Unbekannten mit Tätern. Zum Beispiel gab die Zeitung für Deutschland, der direkteste leitmediale US-Lobbyist aus Frankfurt, der aufstrebenden, ihre FDJ-Sekretär Jugendsünde abbüßenden Angela Merkel, prominenten Platz für die Kritik am bestechlichen Kohl. Und der bestechliche Schäuble war mit gemeint. Ansonsten nahm es die FAZ mit der unternehmerischen Dauerkorruption dieser Parteien nicht so ernst. Aber jetzt passte es. Merkel wurde CDU-Vorsitzende, dann CDU-Fraktionsvorsitzende, dann CDU-Bundeskanzlerin. AFRICOM – US-Drohnen-Tötungen aus Deutschland Seit Beginn der 2000 Jahre intensivieren die USA unter der Flagge des Antiterrorismus ihre militärischen Aktivitäten in Afrika. Sie bauten ein paar Dutzend formelle und informelle Militärstützpunkte auf. Auch die Logistik des US-Militärs wie für den Irakkrieg gehörte dazu. Die USA wollten dafür eine oberste Kommandozentrale in Afrika einrichten. US-Präsident Bush trieb das Projekt voran, aber alle 56 Staaten Afrikas lehnten ab. Bush suchte nach einem Ausweg. Welcher NATO-Staat könnte die Kommandozentrale beherbergen? Alle Regierungen lehnten ab, bis auf eine. Die Bush-Unterstützerin Merkel kam zu Hilfe, im Interesse der nationalen Sicherheit der USA. 2008 wurde das United States Africa Command AFRICOM in Deutschland eingerichtet, in Stuttgart-Möhringen. Auch US-Militärstützpunkte in Italien und Deutschland sind einbezogen. Dieser Standort in Deutschland galt noch als provisorisch. Der afrikanische Staat Liberia bewarb sich. Aber der war dem großen Bruder doch zu klein und unsicher. 2013 entschied der Bush-Nachfolger, der freundlich grinsende Obama, der kurz vor Herr Merkel wegen ihres Beitrags zur nationalen Sicherheit der USA ausgezeichnet hatte, AFRICOM bleibt in Stuttgart. So töten, nach der von Obama verstärkten Praxis, von Deutschland aus US-drohenden Menschen ohne Gerichtsverfahren auf einem anderen Kontinent. Von hier aus wurde Libyen zerstört und in einen gefährlichen Failed State verwandelt. BlackRock Lobbyist im Kanzleramt. Von 2011 bis zum Ende ihrer Kanzlerschaft 2021 war Lars-Henrik Röller Merkels oberster Wirtschafts- und Finanzberater. Sie holte den Sohn des ehemaligen Dresdner Bankchefs als Leiter der Wirtschafts- und Finanzabteilung ins Bundeskanzleramt. Unter Schröder und dessen Programm Entflechtung der Deutschland AG waren die US-Private-Equity-Investoren ab etwa 2000 in Deutschland aktiv geworden und kauften die besten nichtbörsennotierten deutschen Mittelstandsfirmen auf. Siemens Nixdorf, D-Mark Industriekräne und Grohe Bad Armaturen gehörten zu den Bekannteren. Reihenweise kauften die Heuschrecken auch hunderttausende öffentliche Wohnungen zum Schleuderpreis. Unter Schröder waren die Heuschrecken gekommen. Unter Merkel und Röller kam dann die erste Liga der US-Investoren. BlackRock, Vanguard, State Street und Co. wurden die führenden Aktionärsgruppen in den DAX- und MDAX-Unternehmen auch etwa im größten deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall. Und BlackRock und Co. sind nun auch die führenden Aktionäre in den größten deutschen Wohnungskonzernen Vonovia, Deutsche Wohnen, LEG und so weiter und treiben die Mieten und Nebenkosten hoch. Zu viel Sozialstaat ist eine europäische Krankheit, hatte schon Brzezinski verkündet. Die auch in Krisenzeiten hohen Gewinne der wichtigsten Unternehmen in Deutschland, wie auch während der Corona-Pandemie, fließen seitdem ins Ausland, vor allem in die USA. Mit dem Ende der Kanzlerschaft Merkels schied auch ihr Berater Röller aus dem Kanzleramt aus. Er wechselte wohin? Natürlich zu BlackRock. Und BlackRock-Röller berät auch die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin. Frauen in Merkel-Deutschland Arbeitsarmut und Rentenarmut Bundespräsident Steinmeier lobte zur Verleihung des Verdienstkreuzes, Merkel habe weibliche Macht selbstverständlich gemacht. Doch was hat Merkel als mächtige Frau mit ihrer weiblichen Macht bewirkt? Sie hat die Frauen in Deutschland mehrheitlich ärmer gemacht. Sie hat das von den vier Harzgesetzen verrechtliche Arbeitsunrecht verschärft. Sie hat Schröders größten Niedriglohnsektor in Europa, in Deutschland noch größer gemacht. Und sie hatte ja auch hier der Kritik Brzezinskis am geostrategisch lähmenden, übergroßen Sozialstaat nachzukommen. Minijobs, unfreiwillige und erzwungene Teilzeitarbeit und befristete Arbeit sowie Leiharbeit wurden vermehrt auf Frauen überwälzt. Dazu wurden und werden ihre Zwangslagen als Mütter wie als Alleinerziehende ausgenutzt. Unter Merkel wurde der gesetzliche Mindestlohn gegen die Vorschläge von Gewerkschaften und Linken möglichst lange hinausgeschoben, auch im EU-Vergleich und erst 2015 eingeführt. Er wurde niedrig angesetzt und wird wegen mangelnder Kontrolle millionenfach nicht bezahlt bzw. unterlaufen. Auch das trifft vor allem Frauen und das setzt sich in der Rente fort. Merkel-Deutschland, das ist Armutsdeutschland und Rentenarmut für die Mehrheit der Frauen, mehr als zuvor. Aber für Frauen in den Führungspositionen, dafür setzte Merkel sich ein. Mit ihren patriarchalisch gestürzten Militärsfreundinnen Friede Springer, Medienkonzern mit Bildwelt, und Liz Mohn, TV- und Beratungskonzern Bertelsmann, zeigte die Kanzlerin sich gerne. Ebenso warb sie beim Woman 20 Summer in Berlin gemeinsam mit Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank und Ivana Trump, Tochter des US-Präsidenten Trump, für den Aufstieg von Frauen als Unternehmerinnen. Von der leitmedial eingepassten Feministin Alice Schwarzer ließ die Kanzlerin sich nur allzu gerne loben, als gute weibliche Macht, die es nun endlich auch in Deutschland gäbe. Unter Merkel wurden zwei Gesetze zur Förderung der Frauen in der Arbeitswelt beschlossen. Aber das betrifft nur Frauen in Führungspositionen. Seit 2016 gilt das Gesetz für die gleichberechtigte Teilnahme von Frauen und Männern in Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst. Damit soll die Frauenquote in den Aufsichtsräten mindestens 30 Prozent betragen. Das Gesetz gilt aber nur für 105 große Unternehmen. Für 99,99 Prozent aller Unternehmen gilt das Gesetz also nicht. 2021 wurde das zweite Führungspositionengesetz beschlossen. Auch in Vorständen von börsennotierten und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen mit mehr als 2000 Beschäftigten soll mindestens eine Frau in einem Dreiervorstand sein. Außerdem dürfen solche Frauen nach der Geburt eines Kindes eine Babypause einlegen. Das Gesetz gilt aber nur für 66 Unternehmen. EU-Weite Arbeitsmigration Wenn es um den Abbau des Sozialstaats und um die Erhöhung privater Gewinne ging, unterlief die glühende Vorbild Europäerin Merkel auch EU-Vorgaben mit sanftem Druck von BDI, BDA und ihrem CDU-Wirtschaftsrat. So gibt die EU heute vor, Leiharbeiter müssen gleich bezahlt werden. Equal Pay. Doch die Merkel-Mehrheit beschloss, durch Tarifvertrag mit einer meistchristlichen Gewerkschaft kann Equal Pay ausgehebelt werden. Und in den ersten neun Monaten des Beschäftigungsverhältnisses gilt Equal Pay auch nicht. Frauen und vor allem migrantische Frauen lassen sich das gefallen. Und freiwillig. Bei der ungerechten, niedrigen Entlohnung von Frauen steht Merkel-Deutschland an der EU an der Spitze des Unrechts. Unter Merkel wurde die Ausbeutung migrantischer Arbeiter aus Osteuropa erweitert und verschärft. Der Fleischkonzern Tönnies wurde so zum größten in Europa. Fleischkonzerne aus Dänemark und den Niederlanden errichteten Filialen in Merkel-Deutschland. Für Bau, Spargelernte, häusliche Pflege, Lkw-Speditionen, Sicherheitsdienste pendelten und pendeln Millionen Niedriglöhner und Niedriglöhnerinnen aus verarmten osteuropäischen EU-Staaten nach Deutschland legal und auch illegal. Übrigens auch aus den Nicht-EU-Staaten Georgien und Ukraine. Deutschland, das Bordell Europas 2002 hatte die Schröder-Fischer-Regierung ganz modern mit dem Prostitutionsgesetz die Sexarbeit als normale Arbeit anerkannt und liberalisiert. Aber die meisten Sexarbeiterinnen, auch Sexarbeiter, bleiben mehrheitlich in der Illegalität. Menschenhandel, mafiöse Strukturen, Zwangsprostitution mit meist armen jungen Frauen aus armen neuen EU-Staaten wie Bulgarien, Rumänien und auch von außerhalb, etwa aus dem Kosovo und der Ukraine, zunehmend auch mit Flüchtlingen. Deutschland entwickelte sich zum zentralen Standort der Billigprostitution in Europa. 2017 wurde unter Merkel endlich das Prostituierten-Schutzgesetz beschlossen. Bordelle müssen genehmigt werden, Prostituierte müssen sich anmelden. Alles blieb praktisch ohne Wirkung. Im letzten Jahr vor der Pandemie waren 40.000 Prostituierte angemeldet. In der illegalen Dunkelwelt von Merkel-Deutschland gingen mindestens eine halbe Million Menschen weiter der Prostitution nach. Illegal. Natürlich bekamen auch Bordell und sonstige Prostitutionsbetreiber dann Corona-Hilfen. Systemrelevant. Die Mehrfachpopulisten uns allen geht es gut. Merkel hat keineswegs alles das und die weiteren Schädigungen der Sicherheit, der Souveränität, der Freiheit, des Wohlstands, Deutschlands und insbesondere der arbeitenden Bevölkerung direkt gewollt. Gewollt und vorangetrieben haben andere. Die US-Regierung, die NATO, die unter Merkel ständig anschwellende Zahl an meist US-amerikanischen Regierungsberatern, McKinsey, Ascensia, Freshfields, PricewaterhouseCoopers, Scholz & Friends und viele andere mehr. Die führenden US-Aktionäre in den großen Unternehmen und nicht zuletzt die US-Geheimdienste, von denen auch die Bundeskanzlerin selbst sich und ihre Kabinettskollegen widerstandslos ausforschen ließ. Merkel gab sich als Umweltkanzlerin. Sie setzte sich nach der Fukushima-Katastrophe für die Abschaltung der Kernkraftwerke ein. Aber die notwendige Ersatzenergie wurde nicht beschafft. In den USA setzte sie sich für ihre Lieblinge, die Luxus-SUV-Hersteller, einen besonders hohen Schadstoffausstoß als zulässig durch. Genauso bei den von US-Kriegen verursachten Flüchtlingsströmen aus Afghanistan, Irak, Syrien. Merkel spielte sich als Gutmenschin auf und ließ nach Telefonat mit Freund Obama die Flüchtlinge herein. Aber die notwendige Dauervorsorge fand dann nicht statt. So dürfen die schlechten Flüchtlinge im Meer ersaufen und die guten Flüchtlinge werden eingeladen und umsorgt. Bundespräsident Steinmeier lobte Merkel, sie sei ganz ohne Vorbilder und ohne Netzwerke aufgewachsen. Dieser Anschein war nützlich, aber natürlich war das Gegenteil der Fall. Die Aufgabe Merkels bestand darin, die von anderen vorbereiteten Entscheidungen in CDU und Regierungspolitik umzusetzen. Als starke Frau und allein mithilfe der endlos abgespurten Gebetsmühle uns allen in Deutschland geht es gut. Das war und ist für die Kapitalisten wesentlich förderlicher als die Direktheit des Merkel-Konkurrenzen Friedrich Merz mit dessen offenem Motto damals jedenfalls jetzt nicht mehr mehr Kapitalismus wagen. Merz wurde direkt bezahlter Blackrock-Lobbyist. Aber Merkels Seilschaften waren im Kanzleramt, das unter Merkel ständig personell erweitert wurde. Sie ließ über das Kanzleramt Blackrock geräuschlos und unsichtbar nach Deutschland herein. Zu ihrem unsichtbaren Netzwerk gehören auch US-Regierungsberater. Sie hatte für Obama die Frage vorbereitet, wie lenke ich unmerklich und das möglicherweise beunruhigte Wahlvolk? Nudging heißt die Methode, die insbesondere von Cass Sunstein zur Reife gebracht worden war. Nicht die Wahrheit aussprechen, nicht die Kapitalisten beim Namen nennen, sondern nett und allgemein bleiben, hin und wieder den unmerklich geschröpften Wahleseln und Wahleselinnen einen sanften Schubs geben und dazu lächeln. Als Frau, die ihre im christlichen Patriarchat günstig verbildeten Charaktermerkmale zwanglos einsetzte, konnte Merkel ihre weibliche Macht mit dem Nudging noch steigern. So diente sie dem modernisierten Patriarchat von Bush, Obama und Blackrock-Chef Lawrence Fink und Co. Sie konnte das Zuhause zum Beispiel gut gegen den verbraucht-korrupten Vorgängerpatriarchen Helmut Kohl ausspielen. So hatte Merkel nicht nur feministische Innenpolitik mit systematischer Verarmung der Mehrheit der Frauen und Rentnerinnen gelernt. Merkel hatte auch weitaus früher, als die jetzige bundesdeutsche Außenministerin Annalena Baerbock-Grüne feministische Außenpolitik praktiziert. Und die ist bekanntlich mit der Förderung von rechten Kräften und Patriarchen und Oligarchen organisch vereinbar. Das lag nicht nur daran, dass Merkel schon fast 20 Jahre vor Baerbock das freundliche Förderstipendium des Weltwirtschaftsforums bekam. Die Ideologen in Davos haben einen guten Richer entwickelt. Wer könnte für uns und mit uns arbeiten? Der Erfolg stellte sich ein, in beiden Fällen ganz unabhängig voneinander und natürlich nicht nur deswegen. Merkel wurde mit junger, weiblicher Macht für den US-geführten Kapitalismus regierungsfähig, auch in globaler und militärischer Dimension. Welcher Verteidigungsminister in den EU-Staaten ist noch keine Frau? Welche Chefin der Europäischen Zentralbank, der Europäischen Kommission, ist noch nicht Teil der von Steinmeier so gelobten weiblichen Macht? Merkel, als vor allem in den USA gelobte mächtigste Frau Europas, förderte die gleichzeitige Osterweiterung von EU und NATO. Rechte, auch ultrarechte, nationalistische, fundamentalistische Regierungen wie im Baltikum, in Ungarn, in Polen, in Kroatien wurden gefördert. Sie waren für die westlichen Konzerne ebenso aufgeschlossen wie für antirussische Haltungen und Hetze. Sie wurden mehrheitlich Mitglied in der von Merkel CDU geführten Europäischen Volkspartei, genauso wie der italienische Rechtspopulist Berlusconi. So initiierte Merkel seit 2009 in Absprache mit US-Präsident Obama und mit der EU-Kommission die östliche Partnerschaft. Die bezog sechs Staaten ein, die ehemals zur Sowjetunion gehört hatten und nun für antirussische Strategien als besonders geeignet erscheinen. Sie waren und sind noch nicht Mitglied von EU und NATO. Aber sie sollten und sollen jetzt noch beschleunigt mit sanften Stupsern an beide herangeführt werden, langsam, gleichzeitig aber auch schon für westliche Konzerne und wenn möglich für gemeinsame Manöver mit der NATO geöffnet werden. Zu diesen Staaten gehörten und gehören etwa Moldau, Georgien und nicht zuletzt die Ukraine. Auch die vom Merkel-Staat hoch subventionierte Adenauer-Stiftung mischte bekanntlich spätestens seit dem Maidan-Putsch 2014 in der Ukraine kräftig mit, wenn auch an untergeordneter Stelle. Ihren letzten wichtigen Dienst für die nationalen Interessen der USA absolvierte sie bekanntlich mit dem Minsker Abkommen, dass der von den USA geförderten Ukraine die Aufrüstung mit der größten Armee in Europa ermöglichte. Von Adenauer zu Merkel Adenauer sicherte und deckte den Separatstaat BRD als neue US-Basis in Europa gegen Russland mit dem aus dem NS-Regime übernommenen antikommunistischen Potenzial. Merkel sicherte und deckte die Übernahme der Ex-DDR in der BRD mithilfe der US-Berater in der Treuhandanstalt. Merkel sicherte und deckte die erweiterte US-Globalstrategie, insbesondere gegen Russland. Die von Adenauer akzeptierte Nuklear-Erstschlag-Doktrin der USA von Obama erneuert, macht den Atomkrieg in Europa möglich. Die USA drückten nach dem Zweiten Weltkrieg das Narrativ durch, sie hätten Europa vom Faschismus befreit. Für die Erhaltung des Friedens, der Freiheit und des Wohlstandes ist aber spätestens jetzt eines nötig, die Befreiung von den USA. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.